Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet, heute am 13. Juli 2022 und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Artikel. Da berichtet wochenblitz.com mit Quellenangabe pataya-mail.com. Polizei und Tourismusverantwortliche in Pattaya treffen sich zur Sicherheit von Touristen. Pattaya, die regionale Polizei, führende Persönlichkeiten aus der Tourismusbranche und Geschäftsleute trafen sich, um die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Kriminalität angesichts der steigenden Zahl von Touristen zu erörtern. Polizeimajor General Tawad, Kommandeur der Abteilung 1 der Touristenpolizei, leitete das Treffen am 12. Juli mit Polizeigeneralmajor Atasit, Kommandeur der Provinzpolizeiregion 2 und Pattayas Stadtdirektor Pramote, nahmen auch teil. Zu Wort kamen auch Beamte der thailändischen Tourismusbehörde, der Polizeistation von Pattaya, der Einwanderungsbehörde von Chumburi, des Tourismus- und Sportministeriums von Chumburi, der Thai Hotel Association Eastern Chapter, der Pattaya Business & Tourism Association des Ministeriums für Landverkehr und der Pattaya Bad Bus Cooperative. Das Tourismus- und Sportministerium teilte mit, dass Pattaya in den ersten fünf Monaten des Jahres viele ausländische Touristen angezogen habe, von denen die meisten aus Indien stammen. Inder waren auch die Hauptopfer von Verbrechen, wobei acht öffentlichkeitswirksame Golddiebstähle von der Polizei in Pattaya noch nicht aufgeklärt wurden. Das Treffen wurde einberufen, um die Zusammenarbeit und Integration zur Verbesserung der Sicherheit für Touristen zu erörtern. Dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht von thailandtipp.info mit Quellenangabe Bangkok Post. Fluggesellschaften suchen angesichts steigender Kosten staatliche Hilfe. Bangkok, die Fluggesellschaften kämpfen angesichts hoher Betriebskosten damit, die Flugpreise zu kontrollieren, um eine positive Dynamik für den Inlandsmarkt aufrecht zu erhalten und fordern die Regierung auf, zu Verringerung der finanziellen Belastung der Fluggesellschaften beizutragen. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Die Links zu den Artikeln findet ihr wie gewohnt unten in der Beschreibung, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zu den vorgetragenen Themen in die Kommentare. Das war es auch schon wieder von dem News Update. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.